Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Hallo. Chiara rankt heute YouTuber und Streamer nach Heißigkeit. Nach Heißigkeit? Nach Hotness. Wer geht gar nicht? Wer geht gar nicht? Ja okay, wer geht gar nicht? Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Ranking. Lasst gerne ein Like da. Kostenlos Kanal abonnieren. Und die Glocke aktivieren. Let's go! Dann fangen wir direkt an mit... Mit Papa Pi. Papa Pi! Papa Pi. Kevin. Gehts ist aber nicht mein Typ. Jetzt ist es schwierig. Geht klar oder nicht mein Typ? Und nicht mein Typ. Das habe ich extra so gemacht, weil es sind zwei verschiedene Sachen. Ja, er ist nicht mein Typ. Okay. Ja, okay, kann ich mal verstehen. Ja, also weil der ist wirklich so ein richtig eigener Typ. Tanzverbot. Kilian. Sorry. Ich gar nicht. Wir sind ja jetzt hier mal rein, nur... Es ist ja auch nicht schlimm. Optisch. Ist ja nur optisch. Der ist ja richtig cool eigentlich. Eli, wenn man jetzt manchmal so seine Art sich wegdenkt, rein optisch geht klar. Ja, gell? Ja. Ich hätte den sogar hier hingemacht. Ja, doch er ist eigentlich hübsch. Kann man schon mal machen. Okay, du hast mich dazu gebracht. Zwischendrin sind immer ein paar Frauen dabei. Die bewerte ich dann. Honeypoo. Wenn man nur vom optischen Gesicht ausgeht, ist sie hübsch. Aber ihr Body-Type ist nicht mein Geschmack. Ja. Aber vom Gesicht her und so ist sie sehr hübsch. Ja, ich hätte sie sogar auf heiß gemacht. Echt? Ja. Fritz Meineke. Der Erfinder von Seven vs. Wild. Ist auch gar nicht mein Typ. Ja. Der ist so ein Daddy, Alter. Daddy? Hä? Ein Rojo Daddy. Der ist ein Daddy. Ja, ist doch egal ob Rojo Daddy. Ja, ist aber trotzdem nicht mein Typ. Ist nicht mein Typ. Mit dem Rojo. Rojo. X Rohrat. X Horny. Doch, der geht auch klar. Gell? Jetzt mit dem Bask hat Chloat. Ja, genau. Finde ich auch. Geht klar? Ja. Dann haben wir Julia Beautix. Die würde ich auch hübsch machen. Muss man mal sagen, die ist hübsch. Richtig. Ungeschminkt. Julian Bam. Oh, den finde ich schon hübsch. Ja, der ist hübsch. Ja, der ist wirklich hübsch. Ich weiß noch, damals hatte der immer diesen Style. So lange Klamotten, dann so Snapbacks so schräg auf und so. Und dann aber diese Frisur wie da auch. Und das war halt damals richtig, richtig im Hype. König des Internets. Jens Knossala. Ist nicht mein Typ. Was? Also rein optisch. Aber aufs Geld würde ich schon halt. Nein, der Charakter zählt. War nicht mein Typ, aber wir reden von optisch. Ja, deswegen. Deswegen ist er nicht mein Typ. Wer hat jemand Scheiße geschickt? Sidney Efka. Mein Crush. Ja, du würdest ihn auf heiß machen. Ich würde ihn auf heiß und heiraten. Nur wenn es da gar nicht heiraten geht. Alles klar. Ist er jetzt hübsch oder ist er heiß? Ich finde ihn hübsch. Shirin David würde ich auf nicht mein Typ machen. Ich würde die auf Geld klar machen. Weil früher ihre YouTube-Zeiten, wo sie angefangen hat YouTube zu machen, wäre die hier oben gewesen. Heiß. Ja, sie war so hübsch. Sie war wirklich, die wäre ganz an der Spitze gewesen. Aber jetzt finde ich die, ne. Geht klar, nur noch. Ja. Dann haben wir Apo Red, den Milliardär. Rein optisch, geht's klar. Aber ich hätte ihn mit den langen Oldschool-Haaren gefühlt. Ja, ne, dann geht gar nicht. Julienko. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass sich hier keine Charakterzelt macht, sondern er ist dann einfach nicht mein Typ. Wir haben noch niemanden auf heiß. Dann haben wir Inscope21. Der darf auf heißen. Ja? Früher oder heute? Oh, früher. Es gibt so viele früher Zeiten. Es gibt die Pinselhaare. Die Pinselhaare. Es gibt so schreckliche Zeiten von ihm. Aber es gibt auch so gute Zeiten. Mordet, Digga. Rein optisch, sorry, aber geht gar nicht. Frankenstein. Was? Frankenstein. Wie kommst du auf Frankenstein? Also nennen die denn immer. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Okay, das ist übertrieben. Ja, okay, nicht mein Typ. Weil er ist ja gepflegt und alles. Dann haben wir Rift. Ich finde die geht klar. Okay. Leon Machère. Prankmeister. Ja, geht gar nicht. Darf jetzt wirklich mal auf. Geht gar nicht. Da ist ja auch noch richtig leer. Jetzt ist das Verbot dann nicht mehr alleine. Cold Mirro. Viele wissen glaube ich gar nicht, wie die aussieht. Charakter würde ich sie auf heiß machen. Ihr Charakter. Wegen Charakter? Ja. Okay. Ich liebe ihren Charakter. Ich liebe diesen Humor. Das ist nur optisch. Da zählt ja gar nicht, der Charakter mit rein ist. Die geht gar nicht. Laser Luca. Weißt du wer das ist? Der war früher vor allem immer so richtiger Bubi. Früher hieß er Grand Crafter. Ja, gell? Nee, Cast Crafter. Irgendwie sowas. Doch. Irgendwie sowas. Con Crafter. Con Crafter. Oh, du weißt besser als ich. Ich weiß. Und ich hab den früher angeschaut. Ich weiß Bescheid. Äh, ist nicht mein Typ. Andy the Dark. Re... 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 Voll wählerisch, Alter. Seid auch froh. Dann haben wir Michi TV. Er ist nicht mein Typ. Geht gar nicht. Auf gar keinen Fall. Er ist orange hart. Aber knallorange. Er ist wirklich ein Ginger. Aber dafür ist er wirklich ein Kästchen. Eigentlich kannst du auch auf Gate klar machen. Gell? Ich würd auch sagen. Auch mit seinen Bart und so. Das sieht gut aus. Er sieht schon gepflegt, fresh aus. Ja. Niklas Wilson Winter. Der kann auf Heiß. Heiß? Ja. Winnie. Aber nur weil der so ein Buddy hat. Also egal. Du vermisst den Unge, wo der lange Haare hatte, Dreadlocks und Skateboards gefahren ist. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Vlog. Heute gehen wir mit Longboard auf die Tour. Phoebe. Mhm. Ich mach die auf hübsch. Weil er heiß komisch wäre, oder was? Nee, die ist ja volljährig. Ja, die ist ja hübsch. Ich find sie nicht heiß. Wo ich jetzt denk so, oh, die ist übel heiß. Aber die ist sehr hübsch. Crispy Rob, den Süßen. Oh, den find ich hübsch. Gell? Der ist schon ein Süßer. Aber ich weiß nicht. Nee, der ist optisch auch echt hübsch. Ja, der ist wirklich hübsch. Der ist wirklich hübsch, ja. Dagi Bee, hab ich noch nie gefühlt, ist gar nicht mein Typ. Null mein Typ. Mark Eggers. Also dieses Bild ist ohne Witz, das müssen die eigentlich mal rausnehmen. So sieht der nicht mehr aus. Es ist wirklich hübsch. Aber ich find Mark Eggers ist wirklich hübsch. Wenn nicht sogar heiß. Was? Doch, weil ich finde, der sieht. Ja, dann mach mal auf hübsch. Nein, du darfst selber. Hör auf über deine Entscheidung um zu entscheiden. Er ist wirklich hübsch. Heiß ist nicht ne Steigerung von, weiß ich nicht mehr. Nein, und das ist so ein Hot High. Was anderes, ja. So sexy oder so. Ja, genau. Sascha, der muss auf heiß. Haha, Sascha ist heiß. Aber Sascha ist hübsch geworden. Der hat einen Glow Up gehabt, das ist der Wahnsinn. Also wirklich. Ich dreh gerade. Ja, aber das ist Wahnsinn, was der für ein Glow Up hat. Ja, hübsch, oder? Ja. Die mal von den Außenseitern. Geht gar nicht, sorry. Ich bin voll gemeint, weil ich einen Mal... Skandal. Skandal. Evanyo. Geht auch gar nicht. Geht gar nicht? Null, die würde ich auch... Die kenn ich gar nicht. Kennt ihr so ab und zu, die waren in ein paar Formaten mal gesehen. Dann siehst du, geht. Die Lochis sind Zwillinge, kann man beide auf einmal ranken. Ja, kann man schon, weil... Aber ich muss sagen, ich fand der Heiko immer hübscher als Roman. Ja, du hast recht. Geh? Aber sie sind nicht mein Typ. Riso? Geht gar nicht. Erstmal, guck dir das an bitte mit dem blauen Haar. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Der macht das nur, weil das so ein Merkmal ist. 100 Prozent. Wahrscheinlich, aber das ist doch blöd, man. Riso, du alter Zerstörer. Hey Moritz, vor dem Jungen habe ich meinen größten Respekt. Ja. Der hat mit 14, 15 Jahren Daily Vlogs gemacht. Über Monate und war noch in der Schule und so. Der ist der übelste Hassler. Ja, übel. Aber er ist nicht mein Typ. Ja, darum geht es ja. Als letztes Trymax. Jetzt mal ganz kurz. Ich ordne ihn ein bei nicht mein Typ, aber er ist nicht hässlich. Ja, kann man auf geht klar machen. Er ist wirklich nicht hässlich. Ja, nee, er ist nicht hässlich. Also es ist keiner hässlich. Ja, genau. Ich finde halt einfach dieses nicht mein Typ und geht klar ist so ein bisschen nicht mein Typ. Ja. Aber geht trotzdem klar. Und so ist Trymax. Okay, dann haben wir unser Ranking. Es haben nur zwei Leute in Scope, 21 und Niklas Wilson Winter auf heiß geschafft. Ja. Hübsch haben wir viele. Mehr als sogar bei geht klar. Ich finde es ist ein sehr gutes Ranking. Es ist ein super Ranking. Leute schreibt gerne mal in die Kommentare wen ihr anders gerankt hättet, wen ihr heiß findet, wen ihr geht gar nicht findet. Abonniert diesen Kanal für geile, fantastische, super heiße, super qualitativ hochwertige, bombastische Videos. So ist es. Ciao.